Detlef Brinkmann, Trainer des SVP Sialoga. Wie sieht es aus hier bei den Hallen-Kais-Meisterschaften? Bist du zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft? Wir gewinnen heute. Nicht wirklich. Ich denke, wir können und müssten besser spielen. Das gefällt mir nicht so. Aber wir sind noch im Rennen und das ist letztendlich das, was zählt. Was habt ihr euch vorgenommen für die Punktspielserie in der Landesliga? Ja, wir wollen natürlich schon versuchen, die Klasse noch zu halten, das ist keine Frage. Es wird natürlich immer schwer durch die ganzen Insolvenzen. Das müssen wir letztendlich noch abwarten, wie viel tatsächlich absteigen. Aber es wird schwer, das ist keine Frage, aber auch nicht unmöglich und wir wollen es zumindest versuchen. Tut sich was personell bei euch? Zwei habt ihr ja jetzt bestätigt. Was sind das für Leute? Also, mit Aziz Timo bekomme ich natürlich in der Offensive einen sehr guten Mann, den wir auch wirklich gebrauchen können. Und Dirk Horiken wird die Abwehr noch ergänzen. Wir sind noch auf der Suche nach einem zweiten Torwart. Das sieht im Moment auch ganz gut aus, dass es noch klappen könnte. Nah, möchte ich noch nicht nennen. Und von daher ist der Kader, denke ich mal, aufgeräumter und besser besetzt und vor allen Dingen auch ausgeglichener besetzt als noch vor der Saison. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass alle fit durch die Vorbereitung kommen und dann, denke ich, werden wir gut vorbereitet in die Rückserie gehen und schauen, was noch möglich ist. Wen siehst du oben? Jendelow. Jendelow. Und was denkst du vom Vorteil Augenblick? Kickers, Zugänge und so weiter? Ja gut, der Abstand ist natürlich schon deutlich, weil Jendelow nicht viel Punkte lässt. Aber natürlich auch noch nicht unmöglich. Mal schauen. Und allerdings, die müssen sich auch erst finden. Und diesen Vorteil hat Jendelow. Sie können so weiterspielen und haben eine gute Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lassen dieses Jahr. Und eure härteste Konkurrenz unten? Ja, da müsste ich fast die halbe Liga aufzählen. Das ist ganz klar. Alles, was bis ins Mittelfeld steht, nach unten hin, wird sicherlich bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen müssen. Ja, okay. Ja, das ist noch der da.